So, es ist jetzt 7.15 Uhr und wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Okay. So, wir gehen jetzt gerade zum Bahnhof und wie immer sind wir verdammt knapp dran. Das müssen wir jetzt echt beeilen. Wir sind gleich im Technischen Museum und zeigen euch gleich ein paar Ausschritte davon. Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht es erstmal was ist. So und wie immer geht es jetzt erstmal wieder ins Hotel. So Leute wir haben gerade da hinten die Straße überquert und bevor der Michi und ich noch die Straße überquert haben, driftet da eine Frau mit einem Mercedes, weißt du welcher Mercedes? Es war ein größerer. Auf jeden Fall ein größerer. Driftet da einfach um die Kurve. Ich glaube die hat auf 100 kmh beschleunigt. Ja. Ich glaube mindestens. Mindestens. Und die hat fast ein paar Kinder von uns erwischt. Aber nur fast. Es leben noch alle. Mega-Checker was sagst du zu dieser Frau? Die ist komplett behindert. Der Mega-Checker ist wieder hier am Start. Und er hat eine neue Technologie entwickelt. Hab ich mir von ihm nicht gedacht. Aber er hat es geschafft. Er sperrt jetzt die Tür auf. Also auf jeden Fall mega geil. Und ja ich würde sagen das war's jetzt vom heutigen Tag. Lass uns den Daumen und den Daumen. Tschau. Und sip es gibt. Und biss es gibt. Entsteine. Wenn Ihnen eine freie, wünschtytes. D pansen. Untertitelung des ZDF, 2020